Herzlich willkommen hier bei Scientific Economics, Economics based on Science. Wir sind in der Playlist Amazon Marketing und heute machen wir einen kleinen Einstieg in Amazon Advertising und schauen uns heute an, was der Unterschied ist zwischen organischer und bezahlter Reichweite. Und zuerst wollte ich erstmal ganz normal zeigen auf Amazon selber, wo die Unterschiede liegen. Das heißt auf der einen Seite habt ihr natürlich die Möglichkeit in Amazon KDP, auf der Detailseite habt ihr sieben Boxen frei, um Keywords einzugeben. Und das ist natürlich ratsam, um eure organische Reichweite zu verbessern, beziehungsweise um organisch für diese Keywords, für diese Suchbegriffe angezeigt zu werden. Und auf der anderen Seite habt ihr natürlich auch die Möglichkeit in Amazon Suchergebnissen als bezahlte Werbeanzeigen angezeigt zu werden. Das heißt hier habe ich einmal eingegeben Kochbuch als Keyword und wie ihr seht werden oben direkt zwei Bücher angezeigt, die als Anzeigen angezeigt werden. Das heißt hier bezahlen die Autoren dafür, dass sie in den Suchergebnissen gezeigt werden und dann kommen auch schon die ersten organischen Bücher oder die organischen Suchergebnisse. Das geht dann hier weiter bis dann in der Mitte weiter unten dann auch wieder die nächsten gesponserten Anzeigen sind. Dann kommen wieder organische und zum Schluss auch nochmal meistens eine bezahlte Werbung. So und das wären quasi die beiden Unterschiede. Das heißt hier habt ihr auf der einen Seite organische Reichweite über Amazon KDP, über die Keywords, die ihr da festlegt und auch das, was in eurem Buchtitel und Untertitel vor allen Dingen steht. Und auf der anderen Seite dann über Amazon Advertising das, was ihr ja als Werbung dann bezahlt schlussendlich. Und warum brauchen wir jetzt überhaupt diese Reichweite? Und da habe ich euch mal eine Grafik erstellt und zwar sind das jetzt hier nur Beispielzahlen, aber die sind in der Realität wirklich so im Verhältnis. Das heißt die erste Seite macht einen sehr sehr großen relevanten Anteil von allen Verkäufen aus und man kann hier wirklich dieses Sprechwort nehmen, dass der Gewinner quasi alle Sales bekommt. Das heißt die Suchergebnisse, die Produkte, die auf der ersten Seite und auch hauptsächlich oben angezeigt werden, die bekommen ja den meisten Sales Anteil, was halt ganz logisch ist. Das heißt, wenn ihr selbst mal auf Amazon geht und euer eigenes Suchverhalten überprüft und ihr gebt ein Keyword ein, dann geht ja nicht auf Seite 2, 3, sondern guckt zuerst auf Seite 1 und dort sind halt auch die Produkte angezeigt, die vom Amazon Algorithmus ausgewählt haben. Also die eventuell die beste Conversion haben, die besten Bewertungen, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und die Produkte werden dann halt schlussendlich auch am häufigsten gekauft und ganz wenige Leute gehen dann halt noch auf die Suchergebnisseite 2 oder sogar auf Seite 3. Das sind halt wirklich die wenigsten, die vielleicht ganz spezielle Nische suchen, ganz spezielle Unterkategorie. Und ja, je weiter man geht, desto weniger Sales werden dort überhaupt noch gemacht und deswegen ist es ganz wichtig, auf dieser ersten Seite zu erscheinen. Und jetzt kann man sich ganz einfach ausrechnen, das habe ich mal gemacht, auf der nächsten Folie, was das denn überhaupt bedeutet für meine organische und bezahlte Reichweite, welche Zahlen ich erreichen muss. Das heißt, wir haben ja gerade festgelegt, dass man, dass das Ziel ist von jedem, der veröffentlicht, von jedem Auto, dass man auf der ersten, wenigstens auf den ersten beiden Seiten angezeigt wird. Und wenn das das Ziel ist, dann habe ich mir mal angeguckt einfach, wie viele organische, unbezahlte Produkte werden denn überhaupt auf der ersten Seite angezeigt. Das ist natürlich für den Computer, wenn ihr über euren Laptop reingeht, eine andere Anzahl als über euer Smartphone, über einen mobilen Browser und da kommt man auf unterschiedliche Ergebnisse. Das war zumindest bei mir so, kann bei jedem anders sein, aber könnt ihr ja trotzdem mal überprüfen, wie viele Produkte werden überhaupt angezeigt, unter welchen Top 10, Top 20 muss ich denn überhaupt landen, damit ich auf dieser ersten Seite bin. Und da habe ich herausgefunden, dass man beim Computer ungefähr unter den Top 16 sein muss, zumindest bei mir und mobil dann unter dem Top 14 und bei den Werbeanzeigen dann 6 und 3. Das heißt, das ist das Ziel von jedem, der Werbungsschalte, der organische Reichweite aufbauen möchte, dort irgendwo bei den Suchbegriffen gelistet zu werden. So, das heißt, wie ich geschrieben habe, das Ziel sollte sein, auf den ersten beiden Seiten zu erscheinen. Da habt ihr ja gerade die Grafik davor gesehen, warum das so ist, weil dort die meisten Sales gemacht werden auf der ersten Seite und auch noch ein bisschen auf der zweiten Seite. Und das heißt, für das organische Ranking muss man unter den besten 32 Ergebnissen sein, zum Beispiel. Ja, das heißt, ihr habt zweimal 16 organische Ergebnisse und wenn ihr auch Amazon Ads schalten wollt, müsst ihr mit der bezahlten Werbung euer Gebot so hochschrauben oder von der Conversion so gut sein, dass Amazon euch unter den Top 6 am besten anzeigt und am besten ihr schafft es organisch unbezahlt da rein, sodass ihr in zweimal angezeigt werdet auf der Suchergebnisseite, was natürlich auch optimal ist. Genau und jetzt noch so eine Kennzahl, wie ihr überprüfen könnt, wo ihr euch ungefähr befindet in diesem Amazon Bestseller Rang oder beziehungsweise überhaupt auf der Suchergebnisseite. Und das ist nun mal, wie ich es gerade schon gesagt habe, der Amazon Bestseller Rang. Das heißt, Amazon hat selber eine Kennzahl, um euch anzuzeigen, wie gut euer Buch ist. Und hier gehen vor allen Dingen die Verkaufszahlen rein und die Verkaufszahlen beeinflussen natürlich dann auch wieder die Platzierung in den Suchergebnissen. Das heißt, wenn Amazon merkt, euer Buch verkauft sich sehr oft auf Seite 3, wird es natürlich auf Seite 2 vorgenommen. Und wenn es sich da immer noch besser verkauft als Konkurrenzprodukte auf Seite 1 zum Beispiel, springt es natürlich dann auch immer weiter vor und rückt automatisch auch über die mehr Sales auf der Suchergebnisseite 1 auch immer weiter höher und erreicht auch einen immer höheren oder besser gesagt niedrigeren Bestseller Rang. Das heißt, der Platz 1 unter Büchern ist natürlich das Beste, was geht. Und dazu schauen wir uns nochmal kurz die Amazon Erklärseite an. Das hatte ich euch ja immer wieder gesagt, dass Amazon eine ganz gute Hilfeseite hat. Und da springen wir mal kurz rein. So, hier ist die Seite. Und wie ihr sehen könnt, schreibt Amazon selber was über die Verkaufsränge. Könnt ihr ruhig kurz mal Pause klicken oder selber die Seite mal aufrufen. Und das ist auch sehr interessant, was hier alles zu sehen ist. Das heißt, ja, die Ränge dieser Verkaufsrang wird immer wieder aktualisiert. Auch stündlich. Aber natürlich kann es sein, dass es ein bisschen zeitversetzt aktualisiert wird. Und es gibt auch für verschiedene Kategorien, für sehr viele Kategorien einen eigenen Bestseller Rang. Und wie ja auch geschrieben wird, beim Ermitteln des Bestseller Rangs wird der gesamte Verlauf der Buchaktivitäten berücksichtigt. Das heißt, hier spielen wahrscheinlich auch viele verschiedene Kennzahlen eine Rolle. Da ist natürlich so gut wie unmöglich, hier überhaupt irgendwie rauszufinden, wie dieser Amazon Algorithmus funktioniert. Auch E-Book und Taschenbuch zum Beispiel haben ihre eigenen Bestseller Rangs. Das heißt, es kann sein, dass euer E-Book sehr weit oben in den Suchergebnisseiten immer erscheint, weil es öfters geklickt wird oder bezahlt wird als das Taschenbuch. Und das ist halt auch nochmal eine sehr interessante Information. Auch gerade, weil ihr auch für E-Book und Taschenbuch getrennt Werbung machen könnt mit unterschiedlichen Kosten und Conversion Rates eventuell. Und ja, das ist sehr, sehr interessant. Lest euch das mal durch. Viele interessante Informationen auch zum kostenlosen und bezahlten Ranking steht ja auch nochmal was. Und genau, das wäre auch schon der Abschluss von dem Video. Also, wie ihr gesehen habt, das Ziel muss sein, auf der ersten Seite mindestens auf der zweiten Seite angezeigt zu werden. Sei es durch bezahltes Ranking, was wesentlich schwerer ist, weil momentan noch weniger bezahlte Anzeigen da sind als organische. Aber ihr habt auch da Möglichkeiten, dort reinzukommen. Und natürlich hängt alles miteinander zusammen. Ja, das heißt, je mehr Verkäufe ihr habt, desto besser wird auch euer organischer Rang sein. Das heißt, das Produkt, was sich am meisten verkauft. Amazon möchte ja auch Gewinn machen und freut sich natürlich. Das Produkt, was die beste Conversion hat, die beste Bewertung etc. Packt es natürlich auf Seite 1, weil es natürlich auch an jedem Verkauf mitverdient. Und das sollte das Ziel sein. Das schaffen wir unter anderem mit der richtigen Buchbeschreibung, mit dem richtigen Cover, mit den richtigen Preisen. Dazu gibt es schon Videos. Schaut euch die mal an. Damit könnt ihr auch eure Conversion erhöhen. Und dann schlussendlich auch mit der richtigen Auswahl von den Keywords für das organische Ranking. Ihr habt ja gesehen, diese sieben Boxen bei Amazon KDP. Da schauen wir uns in den nächsten Folgen an, welche Keywords man da verwenden sollte. Und das Ganze natürlich dann auch für die bezahlte Anzeigen. Also Amazon Advertising. Da steigen wir auch noch ein. Auf jeden Fall. Das wird sehr interessant, spannend, lehrreich. Und das von einem kleinen Einstieg, damit ihr so einen Unterschied seht zwischen bezahlter und organischer Werbung und warum das so relevant ist. Genau. Also viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Stay Science. Und schaut nochmal in der YouTube Beschreibung vorbei. Da nochmal hilfreiche Links. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. ein bisschen zusamment deveritkt. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.